Das ist so cool. Aber ich... Ich muss doch echt so fast, Bruder. Ey! Boi, boi! Was ist das? Er filmt genau mein Gesicht, Dominik. Da, bei, da, bei. Leon, Bruder, sag mal was. Sag mal was. Sag mal was. Was? Was? Was oder was? Harmonie! Ich bin Rille auf 5 Promille. Der Kamilkopf vom Wachdienst hat uns weggeschickt. Ich glaube, ich spiel nicht. Ich hoffe, ich spiel hier. Danke, Bruder. Ich hoffe, ich küsse dein Herz. Leon, grüß mal jemanden. Leon. Grüß mal jemanden. Gibt Arsch, Dich. Leon, grüß mal. Was? Sag doch mal. Du musst gucken, Bruder. Du musst gucken. Ich grüße auch deine Mutter und dein Vater. Vorne jetzt, Bruder. Bester Mann. Die ganzen grünen Lichter hier, ne? Die ganzen grünen Lichter. Die ganzen grünen Lichter jetzt. Habe ich es auch hingekriegt. Ich habe noch nie ein Parkdeck so grün gesehen. Alles frei. Grüße. Einmal stelle Grüße. talk gut. Hey, nicht sieck! Nein, lasse manche. Ich bin hier. ? 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 Man hat noch gar nichts gesehen, man hat nichts gesehen, Bro. Warte. Nimm mal ein bisschen den Arm höher. Ja, jetzt. Niemals, mein Einkaufswagen ballen. Hammer. Immer wieder gerne. Wirklich. Gewürzgucken, was ich höre, so selbst eingemachen mit Knobli und so. Oh, Beste, Digga. Trotz, so ein netter Automat. Soll ich den jetzt schon anmachen? Ja, das ist ein Laptop. Oh, schöner. Ja. Ey, extra, jetzt bist du zu. Hat das gepresst. Wie guckt ihr? Zieh sie auf, Digga. Beide Eierfarben. Guck mal, er hat jetzt zweimal Buff. Wir gucken mal, ob er was Schönes ist oder nicht. Rote, blau, blau, blau. Okay, ich fress erst mal. Oh, oh. Oh, 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 oh. Hm. Schmeckt gut oder geht's? Wohl, der for real, der schmeckt nach Bacon Chips. Nein, Mann, das kann nicht sein, dass ihm das schmeckt, Digga. Hm, ist das Zimt? Nein, das ist kein Zimt. Das ist so eine Sorte. Hey, ich schwöre, ähm, ich verweigere das gar nicht, also... Zimt, tschals, wenn. Oh, der schmeckt nach Super. Oh, der schmeckt nach Schatz. Bro, das ist heftig, ne, ist das eklig? Digga, der schmeckt wie scheiße im Mund, Digga. Ich hab so zurückgeschleitzt. Sag ich von 1 bis 10, wie schlimm. Digga, 12. Jure, das ist schlimm. Seht ihr, ich wusste, es ist ein Schlimm und ein Guten. Der erste war okay, ne? Der erste war gut. Ich hab mir erst gedacht, so. Der zweite, ich hab direkt draufgebissen, direkt gemerkt, digga, eklig. Das schmeckt entweder wie Hundescheiße oder wie ein Kippenstummel im Mund. Scheiße, digga. Voila. Oh, Baby. Digga, Audi. Minimum 80 PS. Minimum. Alles gut. Heftig, Alter. Was für schulden Dings gibt's, Alter. Heftig. Digga, Audi, Alter. Also, ich sag mal so, Audi Q7 mit dieser Mucke einfach armradig. Ich schwör's euch. Mein Ellbogen wurde richtig. Bruder, du bist so drunk. Hör doch auf. Hör doch auf mir ins Gesicht. Darf ich auf YouTube raten? Nein, nein, da hast du nichts. Bruder, du, es wegen dir wackelt alles. Ich kann nicht mehr geradeaus fahren nach Projekten. Hör doch auf. Hör doch auf. Auf jeden Fall, man kann sich auf einen immer verlassen. Dicke, guter Fahrer. Und der Führerschein läuft das. Was sagst du dafür? Hör doch. Das ist genauso. Ganz sicher. Das ist genauso. Weil er weiß, er ist guter Fahrer. Und der Führerschein läuft das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.